Was zeichnet ein europaweit erfolgreich operierendes Unternehmen aus? Wir haben ein Produkt, mit dem wir uns sehr gut identifizieren können, weil es ein freundliches Produkt ist. Ein Produkt, das mehr ist als eine Sitzgelegenheit. Ein Produkt, das auf einem wichtigen Faktor basiert. Das Entscheidende in einer Firma sind immer die Menschen. Ein Mensch wird nicht mit Möbeln geboren, er entscheidet sich für sie. Im niedersächsischen Diepenau werden neue Maßstäbe gesetzt. In der Firmenzentrale laufen die Fäden zusammen, entstehen Polstermöbel in ihrer schönsten Form und höchsten Funktionalität. Von Menschen für Menschen. Vorbildliche Zusammenarbeit, Teamarbeit als schöpferische Kraft. So entstehen Polstermöbel, die durch ihre menschliche Komponente überzeugen, die das Leben komfortabel machen. Polipol. Einer der führenden Polstermöbelhersteller in Europa. Vier Vertriebsschienen, sechs Produktionsstätten. Weit mehr als 4000 Mitarbeiter haben ein Ziel. Das Erschaffen von Möbeln, die Freude bereiten. Das perfekte Zusammenspiel moderner Technologie mit traditionellem Handwerk ermöglicht die Herstellung hochwertiger Produkte. Computergesteuerte Tatter, auf Effizienz getrimmt, garantieren einen optimalen Zuschnitt der Bezugsmaterialien. Großflächige Warenlager für Leder und Stoffe sichern die termingerechte Produktion und Lieferung. Nur wer aus dem Vollen schöpfen kann, ist flexibel. Flexibilität, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. Was hat für Sie einen so großen Wert, dass Sie es in Watte packen würden? Für uns sind es die Stoffe und das Leder mit starkem Zwirn zu Polsterhauben genäht. Handwerk erzeugt Qualität. Eine Qualität, die man sieht und fühlt. Das ist Ihr Anspruch und unser Versprechen. Qualität in Form und Funktion. Auch bei der Fertigung der Gestelle wird nichts dem Zufall überlassen. CNC-gesteuerte Maschinen passgenau greift eins ins andere. Nur was solide gearbeitet ist, bildet eine zuverlässige Basis. Der Einsatz modernster Technik. Vorsprung, der die Zukunft sichert. Nicht nur beim Fräsen wird das exakte Maß bewahrt. Schon heute haben wir das Morgen im Blick. Wie Muskeln werden Federn und Gurte unter Spannung gesetzt, nachdem das Möbelstück seine feste Form bekommen hat. Die Montage der Gestelle ist auf anhaltende Stabilität ausgelegt. Für den Sitzkomfort bei Polstermöbeln ist die Auswahl der richtigen Schaumstoffe entscheidend. Strapazierfähigkeit und Lebensdauer sind Eigenschaften, die hohe Priorität haben. Modernes Polstermaterial garantiert mehr Wohlbefinden. Polstern ist ein altes Handwerk, das Geschick und Sorgfalt erfordert. Auch in der Polsterei sind geübte Profis am Werk, damit die Sitzgarnituren den Komfort bieten, den die Menschen von ihnen erwarten. Jeder Garnitur ist eine Bestellung vorausgegangen. Jeder Bestellung die Entscheidung für mehr Lebenskomfort. Diesen zu schaffen, darauf richten wir unser Augenmerk. Tag für Tag. Mitarbeiter für Mitarbeiter. Nur was bei der Endabnahme unseren höchsten Qualitätsansprüchen genügt, verlässt die Produktion. Gutes muss gesichert werden. Schließlich soll der Kunde das bekommen, was er bestellt hat. Ein erstklassiges Polstermöbel. Qualität in Form und Funktion. Warum legen wir einen so großen Wert auf die Ausbildung unserer Fachkräfte? Diese Mitarbeiter sind das Kapital für die Zukunft. Eine Zukunft, die wir gemeinsam gestalten. ある Jungs, die wir gemeinsam gestalten. Vielen Dank.